Ich bin hier bei Withings und schaue mir, wie ein smartes Schlafsystem aussieht. Dieses hier nennt sich Aura oder auch auf Deutsch Aura genannt. Was kann denn Aura? Also das Aura ist dafür da, unseren Schlaf zu verbessern. Wir können mit dem Aura unseren Schlaf überwachen und tracken. Die Withings-Produkte funktionieren alle über eine App, auf der wir auf dem Handy oder iPad ablesen können, welche Daten wir bei uns selbst sammeln. Denn hier wird es dermaßen funktionieren, dass das Aura, also es besteht aus zwei Komponenten, einmal einer Matte, die man unter die Matratze legt, dieses mit Sensoren ausgestattet, die wiederum verbunden sind mit dieser Art Lampe, nennen wir es jetzt einfach mal, die stellt man sich neben den Nachttisch und dadurch werden unsere Schlafmuster gemessen. Das Aura erkennt, ob wir uns in der Tiefschlafphase oder in der Leichtschlafphase befinden und wird uns je nachdem, wie unser Schlafverlauf ist, durch den Schlaf geleiten. Also Aura bleibt an und gibt mir passend zu meiner Schlafphase die passenden Farben und unterstützt mich so optimal. Genau, mit Licht- und Soundeffekten wird man durch die verschiedenen Schlafphasen geleitet und ganz besonders wichtig ist es beim Aura, dass man vor allen Dingen auf eine sanfte Weise aufgeweckt wird und nicht durch ein schrilles Wecker klingeln. Das Aura erkennt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Wecker auf 8 Uhr stelle, weiß das Aura, wann ich diese Tiefschlafphase verlassen muss und wird mich mit den Licht- und Soundeffekten dahin führen, natürlich aufzuwachen. Und das wird natürlich meine Leistungsfähigkeit für den Tag erheblich steigern. Ich kann dann so schöne Töne einstellen, wie wir jetzt gerade haben mit dem Meeresrauschen und so weiter und so fort. Wie viele gibt es davon? Die sind individuell wählbar. Wie viele es davon gibt, das ist noch gar nicht klar, denn Withings entwickelt sich immer weiter und da werden immer wieder neue Features neu rausgebracht. Und da kann man auf Überraschung gespannt sein. Und Aura ist ja jetzt schon auf dem Markt. Was kostet mich dann dieser Schlaf-Spaß, der Smart? Der Schlaf-Spaß kostet uns 299 Euro. Ist eigentlich eine gute Investition in den Schlaf, der ja schon ein wichtiger Aspekt unseres Lebens ist.